Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Ryman Simon, Essie Does It, Letzte Liebe. Ryman Simon zählt zu den Urgesteinen der Berliner Rap-Szene. Das letzte Solo-Album King Pintin erschien im Oktober 2005 und liegt somit schon knapp 15 Jahre zurück. Nach dieser langen Pause ist es endlich an der Zeit für neuen Output. Das Doppel-Album kommt mit 20 Tracks, Features wurden keine bekannt gegeben. Das Album kommt über Uni Versace und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Box. Herzog, Herzogs Outdoor Season. Das letzte Album von Herzog, OG mit Herz, erschien im März 2019. Nun kommt die erste Feature-Compilation. Herzogs Outdoor Season beinhaltet 19 Tracks, drei davon bisher unveröffentlichte. Mit dabei sind unter anderem 8-4, Contra-Kar und Rav Camorra. Das Album kommt über Bombenprodukt und erscheint als CD und auch als Box. Rav Camorra Zenit RR Das letzte Album von Rav Zenit erschien im November 2019. Wie auch schon damals bei Anthrazit steht jetzt der Nachfolger an. Zenit RR beinhaltet 10 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Galonero, Casey Rebel und UFO 361. Das Release kommt über Independenza und erscheint digital. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao. Ciao. Ciao.